Er war einfach kein Machtmensch. Einfach Obama, bis er stirbt. Obama ist cool. Ich weiß. Obama war einfach der Beste. Einfach weil er schwarz war. Ja stimmt. Wäre Hillary nicht die erste weibliche Präsidentin geworden? Das weiß ich nicht. Kann sein, ja. Obama. Trump ist ja der erste Orangene, aber trotzdem. Ich bin gefahren. Und 2 gegen 2. Voll politische Themen. Oh scheiße. Voll Scheiben und Geschlechter. Mit den Geschlechtern ist es mir sogar egal. Aber das mit der Scheibe ist mega behindert. Kommt bestimmt von denen, die so eine von den 30.000 Geschlechtern haben. Ja okay, kann passieren, ja. Ja trotzdem, Mann und Frau. Und halt die anderen Interessen, die man hat. Ja, das sind ja nur diese sexuellen Interessen. Und nicht. Geht schlecht da. Oh. Oh, geht der rin? Ne. Da. Oh. Und kein Mann. Und keine Frau. Was bist du denn dann? Äh. Nein. Erstmal eine neue Rasse ausdenken. Ja, die Drache mit Zwicköppen. Und dann mit diesem Apache-Helikopter. Auf den Eingegg immer. Ah, du kriegst einen. Einfach rin lassen. Nein. Hast du diese Werbung gesehen? Von der Nintendo Switch und so? Also diese neue, die so da... Ich hab' mit dieser auch mit Super Bowl da und so. Ne, noch nicht. Also diese komplette Werbung, die geht mega lange hin. Ich glaub' die ging 4 Minuten oder so. Es gibt auch die 1-Minuten-Version und die 30-Minuten-Version. Alter. 30 Minuten Werbung. Äh, 30 Sekunden. Ach so. 30 Minuten Werbung. Davon dann so eine Minute rausschneiden. Ja, die 30 Sekunden ist für Super Bowl und so. Da werden dann mega viele, äh, dann sehen. Weil, bei der Wii U haben sie ja keine Werbung gemacht. Darum hat sie sich auch nicht so gut verkauft. Aber bei der Switch machen sie jetzt richtig los und so. Ja, ist auch richtig so. Die Switch hat auch ein gutes Design und alles. Die kann erfolgreich werden. Wie sau. Ne, das glaub' ich sogar. Aber ich grüße mich trotzdem nicht. Weißt du nie. Also ich glaube nicht, dass die ein Flop wird. Ich glaub' auch nicht. Hab' ich ja bei der Wii U auch gedacht, aber... Äh, die Wii U war klar, weil sie so schwach war. Wir, wir werden ja älter. Wir können das besser einschätzen. Äh. Natürlich keine Parade. Die Switch ist aber wirklich... Das Geile ist halt dieser Hybrid aus... Konsole und Handheld. Und dafür, für ein Handheld ist sie auch relativ stark. Das ist kein DS mehr. Das ist schon ordentlich eigentlich. Oh shit. Ah, das war mein Tod. Und das ist mir scheiße. Ja, ob das die keinen 4K machen kann und so'n Chip. So was ist mir ja ohne Latte. So was besitze ich nicht. So was will ich auch nicht erst besitzen. Hauptsache 720p. Das war's. Standard. Ja, andere, die hier Fernseher haben, die so groß sind wie Wände. Ich hab' den Fenster-Modus, Fernseh-Modus. Okay, von meiner Schuld. Oh nein. Ach, schade. Die Switch wird wahrscheinlich geil. Zwar hält der Akku, wenn man halt was richtig aufwendiges spielt, nicht so lange. Ja, drei Stunden. Zwei Stunden. Zwei Stunden. Ich weiß eben, wie lange der Akku mich nennen will. Hahaha. Ich wusste einfach, dass es jetzt so weit kommt. Bist du nur nicht die Zusammenstellung antworten. Oh, mach ich! Nein! Ich bin echt noch nicht ran gegangen. Nein! Und der ist nicht drinne, okay. Der ist hier ein Tor, oder? Nee, okay. Das wird schon mega geil, glaub ich. Ich werd' die Neuro mit hinnehmen. Außer vielleicht zu groß. Und dann nachher gegeneinander battlen, oder so. Ich hab halt Angst, dass die keine Spiele kriegt und so. Oh, doch. Es wurden richtig viele Spiele angesagt. Es sind schon richtig viele Leute. Ja, scheiße. Nee, nee, nee. Auch richtig gute. Und äh, da sind auch viele Entwickler schon dabei. Weil die die Switch so einzigartig finden. Mit der 30er. Bei der Wii U soll das da so schwer gewesen sein, das zu portieren, wegen dem Gamepad und sowas. Ach, schade. Naja, das Ding ist halt auch nicht grad anders. Doch, da ist halt nicht ne Konsole unten Gamepad. Ah, okay. Da ist ja praktisch das Gamepad als Konsole. Ja, da gibt's hier so viele in die Titel selber. Hm. Die Energieen interessiert, Alter. Kann ich mich übernehmen. Der manche, das war ja schon wirklich Rotze. Aber die haben den Preis angesagt, von ähm, dem Online... Äh, äh... Äh, äh... Äh, äh... Äh, äh... Äh, äh... Äh, äh... Äh, das würde mir auch scheißen. Ja, obwohl du... Du bist halt wie Ghost. Äh, verdienst halt deine 1.000 Euro im Monat. Äh, da können wir uns 12 Jahre holen. Ja, stimmt. Da brauchst du nie wieder dran denken. Wir haben gewonnen. Hä, wie haben die gewonnen? Äh, Themen und Reden. Äh, äh, äh... Ah, Liga auf. Na, wir sind wie Save of Liga 2. Oh, Vanchı? Nee, nee, nee. Kann ich jetzt vielleicht endlich mal mein Auto machen? Nee, das kann ich dir nicht sagen. Außer ich warte jetzt, er. Muss ich dir nur sagen. ich mach den einfach so mega hässlich was hab ich bei youtube reingeschrieben hab ja reingeschrieben in das video wusste ja nicht, dass das ein Meme ist was? dieses mit dem Spooky? Spooky, ja, wusste ich halt auch nicht und gab da einen Händzug, weil der mir vorgeschlagen wurde die bist cool die Meme ist, die dadurch alle gemacht wurden die sind alle kacke aber das, das ist cool weil der geile Moves macht ich hab nämlich erst, zum allerersten nach mir vorgeschlagen wurde vielleicht so 10 Stunden und die hab mir echt lange angeguckt weil ich diesen Loop gut fand ah, mit dem Hund fand ich cool ja, das war mega geil ich hab mir so eine Wein-Compilation da mal angeguckt wenn mir vorschlagen wurde und da war das dann bei, da hab ich dann gesucht so äh, ja, ich guck auch immer, wie die ist ah, haha äh, dog yells at cross und so das war der erste Video naja, bei dem Peanut fucken da auch gemacht ja, gern zufällig so ein Video-Compilation gesehen ah, guck, das Baby, das Baby ja, ich hab' ich noch nie gesehen und das Baby ist ja schon mega outdated ist immer noch geil das ist immer noch geil, ja rot r äh äh a er denn er er n ebensof Julien ne, der ist ja wirklich alt aber Gabe, whisper hole ah, Gabe, da geht immer Ron um déclar Usmer for Lange Ja, stimmt. Gab es. Und ich darf dich nicht berühren. Ja, aber trotzdem könnt ihr ja noch nie wieder machen. Die Videos lässt er ja online. Na, da brauchst du wahrscheinlich so, es gibt wahrscheinlich so ein, keine Ahnung, 15 Minuten Video von ihm, wo alle seine Töne drin sind. Geht hier drunter und dann hast du ihn für immer. Naja, stimmt. Wir haben ja so ein, so ein Chocobo-Gate mal angeguckt. Au, 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 au. Das haben wir auch in YouTube irgendwo. Ich hab mir bei PewDiePie mal angeguckt und wie er Final 15 spielt. Das Intro war geil, das ist die japanische Intro, die ja auch nicht dazu gepasst hat. Sasuke and Franz, also Sasuke und, und, und Franz. Ich hab so ein geiles, 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 geiles vapanisches Intro. Also, ja, dann, ja. Und wie er sich gleich aufregt am Anfang halt mit diesem Auto schieben. Naja, das hast du ja schon alles erwähnt. Ja, das war komisch, aber hey. Das jeden Fall ist nicht so wie Zelda, wo immer das erste gleiche kommt. Oh, nehmt wach auf. Du musst die Prinzessin retten. Ja, ach. Die hätte ich mir gerechnet. Wegen der Link bestimmt auch immer so. Fick dich. So aufwacht, so. Ah, ah. Ach, nicht schon wieder. Ihr könnt einfach nie wieder schlafen. Das sind so Essstäbchen, so in den Augen. Ah, 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 ah. Ach, ne. Der macht gut. Oh, du vorlang, ne Typi. Ja, unser Typi. Zehn. Ja, der hat der zehn. Der muss ich in zehn setzen. Oh, nice. Mach ihn rein, Jungs. Danke, 10. Nein. Nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, das war ja ... Meine Dünne. Dünne? Ja, ich war so dünn. Diesmal. Oh, nee. Hätte ich einen Doppelsprung gemacht. Aber nee, ich mach den nach vorne. Sonst machst du ihn immer. Immer. Jetzt, wo man dich braucht. Da konnte ich nur gamblen. Ja. Oh, ey. Ich schwitze immer, wenn ich Rocket League zocke. Ja, immer an den Beinen. Nee, ich auch nicht. Weil meine Arme da drauf liegen. Aber stimmt bei mir auch. Ja, das wird meine Hose mal üben nass. Ha! Wenn man Hosen trägt. Na, auf meine nackte Haut will ich das nicht machen. Das ist ekelhaft. Ja, okay. Ich mach keinen Schweiß auf meiner Hose. Was? Äh, auf ... Das macht ... Kein Sinn. Nein, ich muss nur das Fett dann ausziehen. Kannst du das Fett bügeln? Ob ich meine Falten bügeln kann? Ha! Stimmt. Dann bin ich wieder flach. Dann bin ich wieder flach. Man muss einfach so, äh ... Ha! 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 So, äh ... So, äh ... So, äh ... So, so, so ein Solarium gehen. Dann brutzt es so schön. Ha! 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 Dann dreh mich ... Da kommt nur eine halbe Stunde ... seule nochmal drin mit so, ... ... äh ... So, so ein Bäcker. Ah, so eine Eierüberadura. Dieses ... Ist halt so ... Und dann umdrehen. S slash ... Oder so eine Apple in den Mund. Schön mit Soße, schön mariniert, oh, richtig geil. Schön im Restaurant, gleich nebenan ist. So ein 5-Sterne-Restaurant, wo sie dich dann auf dem Tisch so krehen. Ja, stimmt. Oh nein. Das war meine Schuld. Ein Prozess ist also. Enttragen sie sich nicht mehr. Schön anzünden, so mit Alkohol, so rüber, und dann anzünden. Und das ist ja natürlich so ein Restaurant, wo du selbst das noch machen kannst. Stimmt, wir sollen so eine Pfanne hinstellen. Dann stehen da so fünf Leute in der Reihe mit so Badestüchern um. Dann kannst du dir einen aussuchen, wenn du essen willst. Dann darfst du dich auch so präsentieren lassen. Eigentlich ist das so mega behindert. Oh, 5-Sterne-Restaurant. Oh, ihr könnt das selber machen. Weil die zu faul sind. 5-Sterne-Restaurant. Fünf-Sterne-Restaurant. Allerwünsens ist ja Material, weil sie da verwenden ist hochwertig. Aber wir machen die ohne. Ja, das stimmt. Oh, was? Eine Pasta, die 253 Euro kostet? Weil die aus Trüffeln besteht? Was, du bezahlst? 4.000 Euro? Ne, da kriegst du aber nur so eine Kinderportion. Oh, scheiße, wir haben verloren. Ja, leider. Ich bin schon mal alle weg. Sching, sching, sching. Oh, nein. Das ist so schnell. GG. Ich werde Auto da links irgendwie haben. Was nicht? Das ist dieser Vulkan. Also, das ist dieser... Ja, das ist der... Oh, cool, ich habe einen Schaumstoffhut bekommen. Warum kriegst du was? Ich habe, glaube ich, keine einzige Sache bekommen. Ich habe jetzt zwei Hüte bekommen und eine Kiste. Das ist der Hut. Guck dir mal den Hut an, Alter. Oh, das ist der Hut. Das ist der Hut. Welcher Hut? Ich bin hier noch. Der Taco-Kopf. Oh, ah, den, den man immer sieht. Ja, genau. Der gute Hut. Nice. Ich muss das Gelb daran anpassen. Oh nein. Ich denke nicht. Ahaha. Ach. Ach.